Musik In erster Linie brauchen wir Kölsch und der eine oder andere würde sagen sogar das beste Kölsch Kölns. Und darüber hinaus haben wir noch Gastronomiebetriebe und ein Hotel. Bei uns im Unternehmen ist eine große Rolle Industrie 4.0 und mein größtes Anliegen in naher Zukunft ist das papierlose Büro. Dass wir wegkommen von Briefen, Ausdrucken, alles digital. Es gibt mittlerweile Zertifikate, die ein Einschreiben per Rückschein unnötig machen. Musik Wir sind schon mit Glasfaserkabel hier angebunden. Das heißt, einer sehr schnellen Leitung steht nichts im Wege. Wir haben schon eine 100 Mbit Leitung synchronisiert. Das ist schon okay. Jetzt gehen wir mit NETCOLONE die nächsten Schritte, um da noch eine Schippe draufzulegen, damit alle noch ordentlicher und flüssiger arbeiten können. Sobald es neue Technologien gibt, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen oder noch nie gehört haben, dass NETCOLONE als unser Partner uns strategisch berät und schöne Angebote macht natürlich, damit wir das auch realisieren können. Musik Es gibt im Prinzip zwei große Anbieter in Köln und Umgebung, aber uns ist natürlich auch daran gelegen, ein lokales Unternehmen zu unterstützen. Ja, Made in Germany ist ein Gütesiegel weltweit. Made in Köln ist da noch eine Schippe drauf, würde ich sagen. Die Regionalität hat für uns mit den höchsten Stellenwert. Wir sind hier gegründet worden, wir brauen hier unser Kölsch, wir dürfen hier auch nur unser Kölsch brauen. Wir werden für immer in Köln und Umgebung bleiben und deswegen die Region ist für uns mit Abstand das Wichtigste. Musik 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 Vielen Dank.